Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Video von mir. Ich bin gerade auf dem Weg von Carlsbad nach Palm Springs zu unserem ersten Major der A&A Inspiration. Und es ist auf jeden Fall eine richtig coole Fahrt hier. Ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, glaube ich, die Berge. Und wir haben uns jetzt mal eine kleine Auszeit genommen und genießen die Stille, die Ruhe und den schönen Ausblick hier. Ansonsten läuft es für mich eigentlich ganz gut. Diese Woche, glaube ich, habe ich jetzt auf dem 19. Platz, geteilten 19. abgeschlossen. Und mein Spiel wird besser. Man packt und hapert manchmal noch so ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich freue mich jetzt auf meinen Lieblingsmajor in Palm Springs und hoffe auf eine gute Woche. Macht's gut!